Tritra trulala, tritra trulala, die Weihnachtswichteltruppe ist wieder da. Frohe Weihnachten, liebe Chroniken der Spiele, heute sechs Jungknupfig, wünsche dir zum Büro. Ich beschenke dich online und ich hoffe, dass ich deinen Geschmack so einigermaßen treffen werde. Das Selbstgemachte ist dieser persönliche Brief, in dem ich dir mein Wichtelgeschenk erkläre. Etwas, was ich zu Hause habe, dir online zu schicken, ist eine Herausforderung. Ich habe seit Ewigkeiten das Spiel Banner Saga 2 rumliegen. Da ich denke, dass es zu deinem Kanal passen könnte, das schenke ich erst dir. So, nun was zum Neuem. Ich habe deinen Steam-Account gestalkt und gesehen, was du so auf deiner Wunschliste hast. Und was kann man einem Gamer besser schenken als ein Spiel? Da habe ich dir als kleine Freude das Spiel Last Day of June gekauft. Ich hoffe, dass du damit viel Freude hast. Dein Wichtel. Vielen lieben Dank, liebe Zumbürer, für dein Wichtelgeschenk an mich. Leider konnte ich nichts auspacken. Darum habe ich das Format eben so gewählt, mit einem kleinen Wichtelchen. Und danke für die zwei Online-Spiele, die ich auf Steam dann freischalten werde. Auch einen netten Gruß an die liebe Aloexes, liebe Tana praktisch, die das Wichtelprojekt auch schon letztes Jahr angeführt hat. Und mich heuer auch wieder gefragt hat, ob ich mitmachen möchte. Und das mochte ich auch. Und so sind wir alle dabei. Und auch an diejenigen, die noch auspacken werden oder überhaupt verschickt haben, eine schöne Weihnachtszeit. Mit viel Freude darin. Drückt eure Liebsten. Und macht euch schöne Feiertage. In diesem Sinne bedanke ich mich bei... Feschbleiben.